Wie fehlt kein Stein mehr? Nee, den letzten habe ich schon eingefügt Ja, wo geht es jetzt als nächstes hin? Ich müsste nur eigentlich noch mal zum Golem, weil hinten an seiner Tür stand da ja was Tag war in Ordnung Kopfschlösten habe ich immer noch, aber immerhin kann ich wieder gerade gehen Das ist super Diggi, das ist super Habe es doch, du kannst wieder gerade gehen Alles andere kommt an Grüß dich Alisea, wie geht es dir? Heile bist du ja wenigstens schon mal angekommen Ich hoffe, die Fahrt war angenehm mit Ilona Okay, ich hatte eben gerade das Gefühl, dass ich nichts gehört habe Jetzt haben wir diesen Schlüssel, wofür, dieser Schlüssel, genau, siehste, siehste, siehste Wir haben doch da diesen Schlüssel Äh, Universalschlüssel, jetzt kommen wir doch überall rein, genau, so war das ja Das heißt, wir müssen mal uns die Tür genauer angucken Äh, kommt noch Ja, bei mir ist alles klar, Niggi, bei mir ist alles klar Oh, hier ist ja der, der, der Oh, der ist aufgeräumt Oh, da ist er Der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so fixen kann Was er mich nicht mitkriegt, aber ich vielleicht die Tür sehe Oh, ey, das ist gut Mit Dings ist das echt nicht Einfach Ah, nee, ich muss in die Richtung gucken Ich will, ah, da ist schon mal ein A Ah, die anderen Dinge kann ich irgendwie Ich habe Angst vorzugehen Ich kann das zweite nicht sehen Kann jemand das zweite sehen und das dritte? Wovon der Typ mich sieht? Ich bin voll mutig Der ist größer, der Spiegel Das heißt, wenn ich da durchgehe, müsste ich eigentlich auch seine Größe haben Und ihn platt machen können Rein theoretisch Super, hat er ein tolles Wochenende Nur, liebe Leute Dicht bei mir Das ist schön Ich bin gefahren Ilona hat die Fahrt genossen Okay, dann eben so Schatz, du musst mir jetzt aber leider noch sagen, wie das war, bevor du gehst Ach, so, da hast du es mir hingelegt Ah, danke schön He, he Das habe ich mit dem ich jetzt nicht gemerkt Das Spiegelgate ist geöffnet Wollen wir mal gucken Joa, ich habe jetzt schon mal seine Größe Oh, der fickt aber dann ganz schön weg, du Oh, der kann dann trotzdem noch Oh, der kann doch Oh, Pist! Ah! Uh, was für eine Kombi! Ich habe keine Zeit, das blöde Herz zu nehmen! Uh! Uh! Nein! Nein! Der Wegser zieht einen weg! Kein Risiko, kein Spaß! Mach, 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 mach! Aber ich kann da ja mal wieder nicht zuschlagen, ne? Äh, Mädel, du sagst... Schon wieder diese Aktion, weißt du? Die weicht zu ihm dann aus! Entferne ich zu ihm, dass wir kannst. Die weichten von uns. Oh Mann! Oh Mann! Ach du ihn! Ich gib ihn mir. Mach! Ah! Oh Mann! Euch steht für die Orthopolis! Oh Mann! nein das war so knapp aber so ein wichser da zieht der ein wieder rein so ein arsch jetzt sind wir ein Jahr älter jetzt haben wir zwei herzen jetzt Kampf der Titan und 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 jetzt will sie das Herz wieder nicht nehmen und du sollst von ihm weg nimm das verkackte Herz du blöde Kuh ein aiii Alleine, dass sie da unbedingt die Waffen vorher da wegstecken muss. Ich habe ja gehofft, wenn ich durch den Spiegel gehe, kann ich mich ein- und wieder zurückgehen. Aber nein, da zieht er ja wieder einen rein. Wegen ihrer Dämlichkeit? Alter, ich schneller als alles andere. Das ist unfassbar. Nur die Axt, aber die Axt ist schwächer und genauso langsam. Ja klar, du triffst mich noch! Ja, Mädel! Du bist so blöd, wie du lang bist. Ne, das macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Weil beim Ausweichen weicht die zu ihm aus! Was blöd muss man denn sein? Mein, so dämlich war noch nicht mal Kratos! Ja, muss ich wohl machen, bisschen leveln gehen. Mhm. Ist nicht aufgeladen, Alisir. Gehen wir eben leveln. Drei weitere Male gegen ihn verlieren, ey, und du bist im Arsch, Mädel. Hm, du Spacken, du! Brionner. Wollen wir mal kurz gucken wegen... Der hat ja jetzt schon fallen, dem Gesicht. Oh, der nächste Level Aufstieg. Ich weiß mittlerweile, was das ist. Das muss man mir nicht die ganze Zeit anzeigen. Boah, du bist schon wieder so richtig einander, ey. Oh, Mädel! Ich würde ja mal den anderen anvisieren. Hmm. Jetzt aufgesessen! Ich würde ja mal die Kommen. Mal gucken! Ja. Den bitte. Ja. Ich würde nicht nennen! Ich komm her Digga. Lass mal mit Schild voll in die Fresse. Neh, du Luch. Boah. Mann Oh, wir kommen kurz vom Level ab Ah ne, da ist ja unser großer so schwer verletzt bist du nun auch wieder nicht Oh, mal so ein bisschen Lebenskraft reinpumpen Der eine Schlag ging direkt aufs Knie, das tut anscheinend weh Die Alte ist für alles zu blöd Oh, Alter, noch nicht mal Kratos brauchte so lange zum Laden Das Spiel ist neuer Ja, hier haben wir noch diese Billows rumstehen Erschloch, hier bin ich Vielleicht kann ich auch nochmal meinen Hammer aufwerden Hm Oh 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 Das war's für heute. heedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedee So , wir machen wieder Level Up keine der Arschgeятьend ist was liegen, ne? Ich weiss, dass du dahinten bist Das nenne ich mal einen harten Schlag. Du kriegst eben so einen auf die Mütze. Oh, nix fallen lassen. Ja, da oben war ja nur das Ding zum schließen, damit es nicht mehr brennt. Okay, er hatte gar keine Chance mehr. Ich habe auch keinen neuen Schild oder so. Ja, ich kann ihn aber wieder verbechern. Jetzt ist er noch gefährlicher. Jetzt schlägt er den Nagel unter einer Sekunde in die Wand. Wenn man trifft. Okay. 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 Ich glaube, der ist runtergefallen, wa? Du, das Problem kenne ich an der Stelle. Das tut weh. Okay. 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 Okay.